So liebe Freunde, damit begrüße ich euch ganz herzlich zu unserer Together Season, mittlerweile die Nummer 3 hier am Start und jetzt kommt die Sonne hier über den Berg. Wie ihr seht, natürlich der Shader wieder mit dabei. Und hier vor mir steht schon der Paddy, hallo. Ich glaube, du nimmst auch auf. Ja, ich glaube, das nimmst du dich auch. Und hier hinten schwimmt schön der Jonas. Wie ihr seht, ich habe ein paar Mods wieder mit dabei, zum Beispiel hier Animated Player. Jonas macht das Sitzpferdchen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ja. Okay, erstmal, warum zu dritt ganz einfach die anderen haben keine Zeit? Und 3 ist ne schöne Zahl. Ja, das stimmt. Und, ne, Jonas macht ja nicht alles. Was macht der? Ja. Ne, also mit dabei sind dann noch Jannis. Oh, krass. Scheiße. Es ist aber so klar, dass es passiert ist. Okay, verkackt. Oh, Gott. Warte, warte. Nicht töten. Endlich muss ich hochboxen. Wie gesagt, mit dabei. Nein, ich kann hier Kleber sagen. Stets. Mit dabei sind noch Jannis. Lukas. Mann. Ne. Trissi. Lina und. Warte auf drei springen. Oh, Gott. Warte. Zähl du. Eins. Zwei. Drei. Oh, Mann. Warte. Ich müsst ihr nochmal machen. Das müsst ihr nochmal machen. Ich will. Toll. Nein. Kommt jetzt da raus. Geht nicht. Ja, wie denn? Geh du mal in eine Ecke. Geh du in die Ecke. Bin ich. Jetzt. So. Ach ja, noch was zum Server. Der wird gesponsert vom lieben Heiko. Ja, ich soll ihn unbedingt erwähnen, hat er gesagt. Grüße an dich, falls du das guckst. Loa, ihr seid da rausgekommen. Ja. Da. Also ich bin rausgekommen. Vielleicht noch ein paar Sachen zum Server. Wir haben vier Mods mit dabei. Also nicht komplett Vanilla. Plugins. Dann zeige ich. Ja, sorry. Dann halt Plugins. Den einen Mod zeige ich jetzt einfach mal hier. So. Natürlich haben wir den Timber Mod mit dabei. Gib mal eine Axt. Boah, selber ab. Nein. Danke. Jetzt hat der Holz. Ähm. Das andere Plugin wäre dann noch das Lift Plugin, was wir eigentlich schon seit der Season 2 dabei haben. Ja. Ähm. Was haben wir noch dabei? Äh, Glass Trooper. Fanden wir jetzt recht cool. Denn, wie ihr natürlich wisst, wenn man Glass mit der Hand oder mit was weiß ich zerschlägt, kommt ja nichts raus. Ey Jonas, das ist mein Holz. Was? Ich bin gleich tot. Echt? Ja, weil wir uns, wir haben uns irgendwie kaputt geboxt. Alter, halbes Herz. Alter. Beizassi. Ja komm ey, du warst eh schon halb am sterben. Dann gib mir mal eine Axt wieder. Ja ey. Alter, hör auf, hör auf. Wir haben kein Essen. Wir haben kein Essen. Schön für dich. Aua. Alter, du hast mich mit der Axt geschlagen. Ja. Ähm. Boah, ich hab ein Schaf. Also, es gibt wieder, oder es gibt dieses Mal Teams. Und das eine Team ist schon Jonas und Paddy. Ja. Das heißt, ich bin jetzt hier gerade alleine. Aber mit mir im Team ist auf jeden Fall noch Yannis. Die restlichen Team werden wir ja dann noch rausfinden, wer das alles ist. Ähm. Aber wir haben uns jetzt entschieden, hier erstmal ein bisschen Holz zu fällen. Jeder mit dem Timbo-Mod sehr schnell. Guck mal, wir haben den alten Wald schon gerodet. Ja. Und dann... Ich bin so gerade irgendwie Stein. Und dann wollten wir, ähm... Jetzt das Rathausbeginn zu bauen, damit die nachfolgenden Spieler natürlich einiges... äh, schon im Material haben. Oder? Ne? Äh... Okay, Jonas gibt eh nichts her. Ich so gerade erstmal Stein. Ich so gerade erstmal Stein. Ich kriege eh nichts auf die Reihe, also... Weißt drauf. Pettys Wichtigste wäre jetzt erstmal Essen. Und Holz. Und Stein. Ich bin Holzfarmer. Ich bin auch Holzfarmer. Und dann würde ich einfach mal sagen, dass wir wir haben auch einen speziellen Seed ausgesucht. Ich habe ja auch Kohle. Dass ich mir jetzt einfach mal kurz hier so eine Werkbank mache. Wie gesagt, wir haben so einen speziellen Seed, also besser gesagt, den Pettys ausgesucht. Nee, das war der, doch, nee, das war deine. Das war der, wo du ausgesucht gehabt hast. Das war meiner. Die Landschaft sah im Internet ein wenig anders aus, aber dann haben wir uns doch entschieden, Denzi zu nehmen. Weil es doch eigentlich recht geil aussieht. Und weil ich Pettys überredet habe, dass man doch in Steinbiom geht. Äh, nicht in Steinbiom, in Schneebiom. Deshalb sind wir jetzt hier. Und wir hoffen auf eine lange Season. Nicht so wie die letzte, die nie erscheinen ist. Jetzt, die auf der Wörter von ist, die war nichts. Stimmt. Piept es raus. Ich piep, ja, ich piep es raus, wenn ich dran denke. Warte, ich muss die Minute aufschreiben. So, ich habe schon mal 15 Kohle. Ich habe drei Äpfel. Äpfel und Fleisch. Echt? Geil. Lern mal braten. Warte, ich gucke, geh mal, bin jetzt kurz hier oben. Und falls ihr euch natürlich fragt, was für ein Texture Pack ich hier spiele, das ist das Mieser. Äh, ich werde es natürlich aber auch noch umändern. Hier, bei mir dreht sich da irgendwas im Wasser. Ist das ein Tintenfisch? Ah, ja, ist ein Tintenfisch. Weil ich weiß, warte, ab welcher Version gab es Fische? Gab es, gab es dieses, was weiß ich? Ja, die gibt es jetzt, glaube ich, schon. Ah, die gibt es bei der Version? Die sind da, glaube ich, drin, ja. Ähm, wir haben uns, oder ich und Patty haben uns entschieden, da oben auf dem Berg die Stadt zu bauen, stimmt das? Ja, das stimmt. Oh, ich sehe noch einen kleinen Bug bei dem Shader, vielleicht muss ich den Shader noch umändern. Äh, ich komme jetzt wieder mal zurück mit etwas Essen. Finde ich gut. Und einen guten Gewissen. Hoffentlich guten Gewissen. Warte, wer war da hinten? Er war Jonas, glaube ich, gell? Ja. Anvisieren. Ähm, ja, das Jonas. Äh, erstmal den da wegmachen. Ähm, soll ich schon mal? Ja, so geht nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Seeds, was sammle ich hier eigentlich ein? Oh, mein Gott. Was denn? Ein Herz. Dein Ernst? Ich sehe dich da hinten. Da ist ein Apfel. Ja, noch fünf Apfel. Ja, Jonas, nicht sprinten am besten. Bis später. Deh, 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 nicht schlagen. Bitte. Und nicht sprinten. Ich wollte es gerade machen. Ich wollte es gerade machen. Oh. Okay, ich habe schon mal drei Seeds. Weil ich, ich würde sagen, dass wir halt, solange wir keine Tiere hier finden, uns natürlich von Weizen ernähren müssen. Und das bei acht Leuten wird schon schwer. Ja, vielleicht Karotten oder so einen Scheiß finden. Ja, bestimmt. Ja. Ja, ich sage ja bloß, das müssen wir halt dann halt finden. Ja, scheiß drauf. Seeds findest du ja fast überall. Und Bäume. Ja, und Bäume. Was für ein paar Bäume? Da ist ein Apfel, Mama. Oh, ich habe auch einen Apfel. Fällt mir gerade auf. Ich habe Kisten gebaut. Ja, schön. Ja, um erst mal uns das Zeug abzulagen, falls wir nicht sterben oder so. Ach ja, stimmt. Wäre schlau. Der hat mir ja jede Sekunde einmal. Ja, vor allem Jonas. Jonas ist der Sterbeking. Nee, gleich werde ich sterben, weil ich gleich an Hungerschaden sterbe. Soll ich Stein holen? Alter, bist du des Warnes. Du wirst gleich sterben. Ich such mal Essen ein bisschen. Ich lauf mal ein bisschen rum hier. Okay, und ich hol schon... Ja, nicht sprinten, Jonas. Nee. Ich hol Stein für, ähm... Für Dings. Für den Ofen. Wir haben schon einen Ofen. Achso. Dann hol ich für mich Stein. Ich sehe Schweine. Okay, gut. Töten. Ihr Schweine. Töten. Ah. Werd ich gerne tun. Und ich sehe Kohle. Du-di-dum-dum-dum-dum-dum. Jetzt weiß ich noch nicht, packe ich? Packe ich Hintergrundmusik ein oder? Nee. Klar machst du das. Warte, lass ich einfach die Minecraft-Mucke laufen. Ach komm, ich mach Minecraft-Mucke an. Nein. Bist behindert. Singt ja mal voll. Mensch, Maka. Ich muss so viel Arbeit. Gott. Mythen gehört. Jonas hat sich gerade gemutet. Ja, ich habe auf den Knopf gedrückt. Nein, du bist auf Semikolon gekommen. Ja. Wie kommt man da drauf? Keine Ahnung. Aufdrücken. Oh, drei Kühe. Komm her. Ich habe fünf, äh, Dings, fünf Fleisch. Finde ich gut. Oh, dann jetzt habe ich acht. Ich tue mal das Fleisch hier rein. Drei Fleisch von einem Tier bekommen. Oh yeah. Oh yeah. Sehr geil. Sehr geil. Oh, geil. Ich habe ganz viel Fleisch für uns. Ich glaube, es reicht das erste. Also für uns 3 zumindest. Oh Gott, ich kriege Hungerschaden. Ja, für uns reicht es. Die Antrieg kriegen nichts. Äh, was? Ich will mich jetzt nicht bewegen. Ich habe nur ein halbes Herz und habe Hungerschaden. Es wird Nacht. Läuft bei dir. Wo bist du? Äh, minus 281, minus 313. Toll. Oh fuck. Ich werde sterben. Wollen Sie mich jetzt eigentlich alle verarschen? Hey, wusch, meine Minimap fällt mir gerade ein. Fuck. Die ich irgendwie nicht an. Drück mal M. Nö, geh nicht. Nicht mal ein Menü geht auf? Du hast wahrscheinlich Forge nicht installiert. Klar habe ich Forge. Jonas, bist du oben auf dem Berg? Nein. Sicher? Ich bin hinterm Berg. Alter, wie weit bist du gelaufen? Weit. Aber das sind ganz viele Schweine. Ja, aber du weißt nicht mal, wo unser Zuhause ist. Doch, ich weiß es. Hier ist eine Kuh. Also noch finde ich zurück. Ich habe einen Pilzbaum. Nee, das war ein Schwein. Ups. Pilzbaum? Ja, ein Pilzbaum so. Pilzbaum, wusch. Aber ich auch, ich bin auch beim Pilzbaum. Hey, Junge, ist echt geil. Hier sind viele Pilzbaume. Oh, oh, Zombies. Oh, 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 fuck. Der hat ein Schwert in der Hand. Oh, fuck. Nein, ich baue mich jetzt gleich ein, Alter. Oh, Gott. Gott sei Dank nehmst du nicht auf. Ach ja, mit den Aufnahmen werden wir uns noch absprechen, wie man das macht. Auf jeden Fall, ihr seht jetzt auch Paddy's Sicht, ich weiß nicht, was für einen Text du packt du hast. Äh, ich hab grad nur das Felsfall drin, weil mir das andere doch nicht mehr so gefallen hat. Ich werde noch vielleicht keine Ahnung irgendwas holen. Und wir spielen 1, 7, oh Gott, oh Gott. 1, 7, 2. Und ich hab 20 Fleisch. Lol. Geil. Ah, ich hab 21. Und ich sterbe jetzt. Plus einchecken. Nein. Vielleicht. Drück F3 vorher. Äh, wieso F3, was ist das? Da siehst du dann die Koordinaten, dann gibst du mir die schnell durch. Achso. Das Skelett. Nö, mach ich nicht. Lauf, 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 lauf. Ich bin jetzt auf den Bäumen, da bin ich sicher. Hehe, hehe. Ohne ich sprint grad. Hehe. Ich hab grad jemals Schaden bekommen. Ich weiß nicht. Warte, ich seh da hinten einen Pilzbaum. Ja, da bin ich. Pilzbaum. Nein, nein, nein. Ne, ich bin hier. Oh Mann. Schnell. Warte, da hinten leuchtet's, Paddy. Da ist Schlawa, glaub ich. Muss Schlawa. Ja, okay, warte, ich verfolg dich mal. Jetzt bist du weg. Da ist ne Hexe, ich seh ne Hexe. Oh Gott. Hallo Hexe. Du nicht dein erster Samen hingehst, oder? Na, ich geh da nicht hin. Das ist ein Zombie. Aber ich seh ganz viele Schweine bei der Hexe. Und die Schweine muss natürlich töten, ne? Ich will Tag. Ich will auch, ich will mein Fleisch wiederhaben. Ich will Tag. Fürlaub, Leute. Wer tun wir pro, gleich wiederherschön, weil es bestimmt, es geht immer noch umkämt. 100 pro. Das ist ein Zombie. Mama, da kommt... Das sind das Zeigelette, Mama! Oh, Leute, da kommt ein Zombie mit einem mitnommen. Zombie-Hut. Oh, Song. Oh, with the zombie-Hut. Nee, me yearn, was? Mit einem Kürbishut. Oh, Skelett. Schnellweg hier. Oh Gott, 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 ich hab so viele Schweine Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lauf, 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 lauf Fuck, ich bin tot, ich bin so gut wie tot Oh fuck, 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 fuck Nein, halt, stopp, halt Oh, ich bau mich ein, ich bau mich ein Ich werd sterben Der NM ist bei mir irgendwie leicht verpixelt Oh, genau so, die Spinne Oh, meinst, wird das kaputt und ich bin tot Nein, Spinne, hau ab Hey, ich bin nicht als urscht, ist gestorben Stimmt Oh, ich bin der Babu Ah, Alter Spinne hinter mir Oh, mein Gott Geh weg, ein Drecksviech 1903, Drehspinnen Oh, was, Juli, bitte Silberfische Was? Scheiße, Alter Sag mir die Cordis Nein, ich hab überlebt Ich hab ihn verlebt Juli Ich bau einen Stein ab und da kommen Silberfische raus Komm, bitte zum Spawn, bitte Warum? Bitte, mach einfach Ja, okay, ich bin unterwegs Ich hab zwei verdammte Herzen Dann ess halt das unreine Fleisch Das mein ich jetzt auch nicht schlimm Unrein Oh Ne, ich bau mir kurz nen Ofen Ich weiß nicht wo der Spawn ist Ernsthaft Ich hab ihn nicht Ich hab ihn nicht Ich hab ihn nicht